Ah, nein, ich seh nix, ich seh nix! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, da bauen wir dabei irgendwelche... Moment, der ist da! Nein, Herr Polizeimann, er greift mich an und der ist runtergefallen! Nein! Oh Gott, oh Gott, kann ich euch noch ausgleichen? Hallo, Bucky Army! Ich bin Bucky, der beste Hund in Minecraft! Bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke! Ja, meine Freunde, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer! Herzlich Willkommen! Und heute, ganz besonders, haben wir einen richtig heftigen Spezialgast, den lieben Konzi hier! Hallo, Konzi! Hallo, Freunde! Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Konzi und ich mache auch YouTube! Yeah! Abonniert den auf jeden Fall, Link unten in der Beschreibung! Und, wie immer, auch der liebe, gute Herr Polizeimann! Hallo, Herr Polizeimann! Wie geht's? Na, Hallo, Bucky! Bester Hund in Minecraft! Und Hallo, Konzi! Bester Mensch auf YouTube! Yeah! Ja, ja! Alles klar, Freunde! Wir spielen heute Pizzasplief mit dieser ultimativ heftigen Capital Bra Pizza! Alles klar! Seht ihr hier diese verschiedenen Belege? Diese haben alle unterschiedliche Buffs, wie zum Beispiel, dass man unsichtbar wird oder höher springen kann! Und wir spielen hier eins gegen eins gegen eins! Wir müssen uns gegenseitig den Boden und den Füßen wegbauen, sodass der Gegner runterfällt! Und wer als längst überlebt hat, gewonnen, Leute! Seid ihr alle bereit? Ich habe voll Bock! Yeah! Richtig cool! Oh ja, ich habe richtig Appetit auf Capital Bra Pizza! Oh ja, welche denn? Die mit Rindfleisch oder die mit Gemüse? Äh, beides zusammengewürfelt am besten! Alter! Ja! Wie eine richtig coole Kalzone! Die ist voll cool belelelelegt! Yeah! Bratatatatat! Okay! Dann würde ich sagen, starten wir das Spiel! Wir drücken alle wieder gemeinsam auf die Plätzchen! Fertig! Los! Okay! Resetting the Pizza! Leg incoming! Schauen wir mal, schauen wir mal! Geht es los? Geht es los? Oh, oh, oh! Was? Jetzt? Sieben, sechs, fünf, vier, drei... Zwei! Zwei! Eins! Und los! Okay! Schnell Leute! Lass uns schnell mal irgendwas abbauen! Oh nein! Wo sind die anderen? Und mir steht hier noch drüben! Gut! Okay, es zählt schon wieder an! Komisches Spiel! Bugged! Ich glaube wir müssen da auch drauf drücken! Oh nein Leute! Drückt mal! Ja! Was ist denn hier los mit der Capital Bra Pizza? Oh Mann! Da ist wohl zu viel Belag drauf! Die muss wohl noch ein bisschen länger backen! Hm! Hä? Was ist denn hier los? Warum geht das jetzt nicht? Ah! Okay Leute! Das ist die erste Runde! Und los geht's! Ich mach direkt heftige Buff sammeln würde ich sagen! Ich mach mich richtig fertig! Nein! Ah nein! Ah nein! Ich hab schon gefeilt! Ah nein Leute! Wie schnell ging das denn bitte? Ah! Richtig uncool! Okay! Ich bin schon mal raus! Jetzt ist ein heftiges Battle von Konzi gegen Polizeimann! Bin richtig gespannt, wer hier gewinnen wird! Oh nein! Ich hab eine Spitzhacke! Ah, jetzt ist sie wieder da! Wow, wie hoch springe ich denn bitte? Wow, das wäre richtig cool. Oh Mann. Ja. Oh Mann, oh Mann. Nein. Oh, das könnte sich gefallen. Oh nein. Dann 1 zu 0 für Polizeimann. Was Pizza angeht, macht mir niemand etwas vor. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, zweite Runde starten. Yeah. Ja, ja, merke schon, merke schon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Alle da. Ja, okay, alle da. Okay, jetzt brauchen wir hier erstmal so ein komisches Ding. Mal gucken, was springt. Keine Ahnung. Oh nein, es ist so dunkel. Ich sehe nichts mehr. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich euch attackieren. Jetzt kann ich euch attackieren. Oh nein. Oh nein. Oh nein, der ist unsichtbar geworden. Oh, wie fies. Seid ihr beide unsichtbar. Oh nein. Oh nein, der Polizeimann wehrt sich. Nein. Ich bin gefangen. Oh was, gefangen? Hallo. Oh nein, Konzi ist gefangen. Ich bin weben. Nein. Das müssen wir ausnutzen. Oh nein, was? Der fällt einfach nicht. Nein. Doch, er rutscht vielleicht ganz langsam runter. Nein. Oh nein, der Polizeimann ist hartnäckig. Die A-Roll und Konzi besiegt. Nein, 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 nein. Ah, schnell weg. Ah, nein, nein, nein. Oh nein. Okay, 2-0 für der Polizeimann. Mensch, sie sind ja ein richtiger Fuchs hier in dem Spiel. Oh mein. 2-0-0 für mich. Oh mein, oh mein, oh mein. Okay, dann würde ich sagen, starten wir die dritte Runde. Alter Schwede, das ist ein heftiges Spiel. Oh man. Jetzt müssen wir aber auch mal langsam in den Punkt holen, Leute. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Äh, leck, 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 leck. Alle da, alle da. Ja, okay. Ja, das funktioniert. Okay, cool. Was? Äh, was? Ja, jump higher. Sehr gut. Higher, jump. Oh nein, es ist verfallen. Oh nein, ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Wir machen einfach irgendwelchen Kram ab. Wir sollten auf jeden Fall auf die Polizei... Oh, Creeper, oh man. Oh nein. Schei. Nein, die Creeper. Verdammt. Ja, Polizeimann. Was ist noch los mit ihnen? Warum sind sie so gut? Oh nein, es ist alles dunkel. Oh nein. Los, Consi, das ist deine Chance. Ja. Na los. Der wehrt sich, der Herr Polizei... Nein, nein. Oh mein Gott, Leute, wie wollen wir das jetzt sehen? Ja, theoretisch hat Consi hier am längsten überlebt, muss man sagen. Der Polizeiwann ist kurz eine Sekunde vorher gestorben, glaube ich. Ja, ich denke auch, das ist nur fair. Okay, dann, äh, wie, 2 zu, 1 zu 0, richtig? Ja. Alles klar, okay, dann nächste Runde. Okay, Leute, Runde 4, auf geht's. Bam, bam. Ich würde sagen, ihr erst mal ein bisschen Unsichtbarkeit und abtauchen. Abtauchen und abtauchen. Nein, was gibt man denn Unsichtbarkeit? Äh, das sind die, äh, Glöcke, die, äh, die durstlichen Glöcke, also das Glas quasi. Ach so. Verdammt, jetzt sind die alle unsichtbar, wie uncool. Nein, der Polizeiwann ist nicht so unsichtbar. Los, Attack auf den Polizeiwann. Nein, er ist jetzt nicht so. Nein, ich flieh einfach. Ja, ihr habt der Polizeiwann gesiegt. Sehr cool, sehr cool. Oh, geht's jetzt auf Consi. Oh nein, wie hoch springt der bitte? Oh nein. Ah, Achtung. Oh, oh. So ein bisschen Unsichtbarkeit. Und Attacke, 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 Attacke. Allein, der Luft weg. Bleib. Oh nein. Jawohl. Wir haben den ersten Punkt, Leute. Wuhu. 2 zu 1. Sind. Yeah. Sehr gut, Baki. Dankeschön. Heftige Capital Bra Pizza. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die nächste heftige Runde. Bäm. Leg incoming. Der Druck ist zu groß, wenn man führt. Jetzt muss ich ja gewinnen. Wir werden sie schon reinhauen, der Polizeimann. Oh nein. Oh doch. Okay, und Runde 5. Bäm. Attacke, 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 Attacke. Oh nein. Uh, uh, uh. Er ist weg. Es geht ja direkt los. Nein, 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 nein. Nein, ich bin runtergefahren für das Leite. Okay, jetzt können wir ausblechen, jetzt können wir ausblechen. Ich will noch ein bisschen Belag abbauen. Und direkt jump, 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 jump. Ah nein, nein, nein. Ein bisschen schneller jumpen. Nein. Ja. Nein. Konsi. Ich würde sagen, wenn ich jetzt nicht gewinne, sondern einer von euch, würde ich sagen, der hat dann die komplette Challenge gewonnen. Richtig, richtig, richtig gute Idee. Und damit beide Kapital-Bra-Pitzen. Yum, yum, yum. Okay, Leute. Dann letzte Runde. Höchstwahrscheinlich. Und wir zählen wieder gemeinsam an. Auf die Plätzchen. Fertig. Los. Und der Leck ist incoming. Yeah. Der Leck ist real. Und die Zeit ist runter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los. Oh nein, der Druck ist so hoch. Ach, haben Sie keine Angst der Polizei, Mann? Oh. Oh, Attacke. Oh nein, der. Nein, ich sehe nichts, ich sehe nichts mehr. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, da bauen wir dabei irgendwelche... Oh, Moment, der ist da. Nein, der Polizei, Mann, der greift mich an und der ist runtergefallen. Nein. Oh Gott, oh Gott, kann ich euch noch rausgleichen? Da hinten ist Conzi, da hinten ist Conzi, ich sehe, oh nein, der baut irgendwelchen Belag ab. Was, 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 er wirft mit irgendwelchen Kram. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, zwei zu zwei zu zwei. Oh nein, knapper geht es ja gar nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, rastet aus in den Kommentaren. Dann, wer jetzt gewinnt, der hat die komplette Challenge gewonnen. Yeah. Es ist ja voll knapp jetzt. Oh man, richtig, richtig heftig. Okay, ich starte schon direkt. Ah, meine Pfoten zittern, oh mein Gott. Ah, und lag kommt, lag kommt. Und sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los. Okay, letzte Runde. Schnell noch irgendwas abbauen. Oh nein, warum geht das nicht? Ah nein. Nein. Das ist schon wieder nix. Das ist uncool, Leute, richtig uncool. Nein, alles schwarz. Viel zu viel schwarz. Okay, Leute. Wer ist da? Wer ist da? Ah, Conzi. Ah nein, der war wirft mich. Ah, uh, uh, uh. Schnell, erst mal wieder auf den Sands. Oh nein, wir rum. Ah, nein. Ich sehe schon wieder nix. Richtig uncool, Leute. Oh mein Gott. Ah. Was? Nein, die Dome hat langsam gemacht. Oh nein, ganz viele Creeper. Und ich bin auch, verdammt, langsam. Oh nein. Oh nein, die Creeper. Ah, was? Oh was? Wie weit? Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig. Ah, nein. Ich bin runtergefallen. Verdammt. Nein. Was seid ihr denn alle? Wie seid ihr denn alle? Da hat Polizeimann gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Polizeimann. Yay. Oh, ich... Ich freue mich richtig, richtig doll. Was sagen Sie zu Ihrem Gewinn? Zwei Capital Bra Pizzen. Die nächste Pizza geht auf mich, würde ich sagen. Yay. Yay. Richtig cool. Okay, Leute. Das war deine richtig heftige Folge. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Oh nein, meine Freunde. Das Video ist vorbei. Wenn ihr genauso traurig seid, wie diese Totenköpfe hier, dann schaut am besten noch eine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja!